Markus Schenkenberg in seinem Element. Er präsentiert zusammen mit seiner Freundin Doreen für den TV-Sender QVC seine neue Home- und Bodywear Collection. Eine Kollektion, die nicht nur seinen Namen trägt. Ja, es ist 100% Markus Schenkenberg. Ich habe sehr über das Design und das Schreiben gemacht. Ich habe sicher, dass alles perfekt ist. Ich denke, das Ergebnis ist wirklich gut und jeder scheint das Produkt zu lieben. Der Schwede hat sich für das Shooting ein ganz besonderes Motto überlegt. Er möchte seine Freundin verwöhnen und sich von seiner romantischen Seite zeigen. Ich versuche romantische Dinge für sie, wie Frühstück und Bett, Blumen, Dinner, Kandeln. Ich denke, das ist eine gute Weise, die Appreation für ihre Frau zu zeigen. Die Fotolocation könnte nicht passender sein. Das Shooting findet in Wien. in einem Luxushotel statt. Die Bilder zeigen eine sehr gefühlvolle Seite des Topmodels. Markus Schenkenberg zeigt uns, wie man eine Frau verwöhnen kann. Die passende Unterwäsche natürlich immer vorausgesetzt.